Hi Leute! Willkommen bei Vampire Z! Heute spielen wir Vampire Z auf dem Hypixel-Server. Hier ist es schon, ich weiß auch nicht genau wie es geht, ich habe es schon ein paar mal gezockt. Ich weiß nur, hier kommen gleich Zombies, ich verschanz mich mal hier wo. Man kann nicht weiter als 5 Meter sehen. Warte, hier kommen sie, jetzt kommen sie, oh nein! Wow! Oh, wir halten uns mal an den. Jetzt ist er verschwunden. Oh! Lass du schreien! Was soll das jetzt? Oh Mann! Wenn wir hier mal die Tür zu machen. Ich weiß nur so viel, wenn man stirbt, verwandelt man sich auch in ein Vampir. Kann hier rumfliegen, hat Nachtsicht an. Das heißt, wir seht auch was. Hoffen wir werden jetzt nicht hier angegriffen. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Wir hoch, wir hoch, wir hoch, Hilfe! Aaaaaaah! Ach, das sollt Blut sein! Stirb nicht! Ich will nicht sterben! Nein! So, jetzt sind wir Zombie! Ihr seht es hier, Nachtsicht, Unsichtbarkeit Normal Ich weiß auch nicht, warum wir nicht fliegen können Aber dafür können wir schnell rennen Nein! Es ist ein Zombie-Stahl! Musik Ja, das ist eigentlich recht gut hier bis jetzt wir haben ja noch keinen umgebracht, aber trotzdem was können wir uns denn kaufen was war denn das? das ist mal cool wir könnten ja mal inser einsetzen ach scheiße was gibt es denn noch? jaja das ist gut wie so ein Twilight Vampir kaufen wir uns gleich nochmal das als VIP oh man oh man scheiße hier wäre ich nicht gerne hier wäre ich nicht gerne hier ist einer gestorben hier mal wieder auf die Däscher hier sollte man sich meistens aufhalten da fällt man nicht so auf auf die Ja, wir haben aber trotzdem schon etwas mehr Punkte als vorhin. 101 Blut. Ich wäre so gerne Lampier. Ja, noch die Runde ist jetzt rum. Nein, die nächste Welle beginnt. Wo seid ihr? Ja. 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 Ach, ich fast hätte nie einen gehabt. Was bringt uns das? Ja, das sind wir hier, so ein Vampir, damit man uns sieht, haben wir, normalerweise haben wir uns spar, aber durch diese Jacken sieht man uns. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen Angst. Das war's. Ach, die sind wieder gestorben. So. Die Überlebenden gewinnen. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt wahrscheinlich mehr PvP hochladen als Einzelspieler, weil ich die Karte gelöscht habe. Und eigentlich war es das auch jetzt schon wieder. Ich werde noch eine Runde aufnehmen, aber das in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.